Die türkische Riviera am Mittelmeer. Wo andere Urlaub machen, wartet auf den Knochenbrecher jede Menge Arbeit. Mustafa Deniz und seine deutsche Frau Beate holen Tamme Hanken und seinen Freund Peter im Hotel ab. Hallo! Moin, moin! Moin, moin! Herzlich willkommen! Willkommen mit dem Kai! Hallo! Wie geht's? 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 Ich komme aus West Virginia. Tamme? Ostfriesland. Ja, ich hab immer gesehen im Fernsehen, warum du bist groß. Und warum du bist klein. Ja, ich bin klein. Meine Mama ist immer klein erwachsen. Hallo, Peter. Hallo, Mustafa. Wie geht's? Viel Steaks. Viel Steaks. Ein Rind pro Jahr. Wie lange lebst du hier schon? Seit 16 Jahren. Seit 16 Jahren? Mhm. Liebe oder wie? Oder er ist das? Wie in der Liebe. Ist er der Grund gewesen? Ja, ja, ja. Super. Hast du sie gefangen mit Lasso? Ja. Gut. Schöner Blonde und ein Lasso mitbringen. Türkei. Sauber. Ja. Wir gehen. Wir werden jetzt sehen, dass wir die Kurve kriegen. Ja. Tammes erste Station in der Türkei ist die Western Ranch von Beate und Mustafa Dennis. Das deutsch-türkische Paar bietet Tages- und Wochentrips zum Ausreiten an. Wie in das sogenannte Tal der Wildpferde. Ein Mekka für Pferdeliebhaber wie Tamme Hanken. Der Besuch dort soll für ihn die Reise in die Türkei krönen. Doch erst einmal wartet jede Menge Arbeit auf ihn in West Virginia City. So sehen die ostfriesischen Cowboys aus. Schätzlein, du fährst wie eine Elfe. Ich wusste nicht, dass Frauen so gut in dieses schiefe Straßennetzwerk hier in der Türkei fahren können. Hallo, willkommen in West Virginia City, mein deutscher Bruder. Da ist er ja. Ja, lange nicht gesehen. Ein kleiner Freund. Oh, du bist immer groß. Du musst schön deinen Hut aufbaden. Ja. Du liegst nur in der Sonne. Ja, du bist Weißkäse, du bleibst immer in Schatten. Immer Arbeit. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und du immer in die Sonne. Hallo, Mustafa. Ja. Hallo, wie geht's? Gut. Willkommen in West Virginia City, Türkei. Jetzt ist Schatten. Jetzt brauchst du nicht mehr. Ja, du bist schöner, meine Schatten. Meine Hand ist so groß wie ein Sonnenschirm. Ja. Meine Hand. Oh, oh. Klein. Ich bin Esel. Ich will dir mal erzählen, wie ich so groß war wie du, Mustafa. Ja. Da kam ich zur Schule. Ja. Zuerst muss der Ostfriese sich um einen Notfall kümmern. Pferdebesitzerin Nicole ist extra aus Alanya angereist, um dem Knochenbrecher ihr traumatisiertes Pferd vorzuführen. Es lässt sich nur selten von Fremden anfassen. Dann fährt er das in der Schulter, in der linken Hüfte vom Sakralgelenk. Hast du gesehen, was er macht bei der Wendung? Ich habe jetzt auf die Füße geguckt. Ich habe nicht hier oben auf die Füße geguckt. Ja, die Füße hängen dort am Bein dran. Dann hast du es doch gesehen. Wenn du eine Runde machst, macht er so. Einmal rückwärts richten. Siehst du, was mit dem Bein ist? Er geht gerade zurück, nimmt an, so und schmeißt ihn zur Seite. Seit ich ihn kenne, macht er das ja. Das Fett kriegt jetzt einen neuen Rückwärtsgang. So, erst mal müssen wir uns jetzt bekannt machen. Er ist jetzt eigentlich sehr lieb. Er war früher sehr kopfschuld. Alles gut. Gebt Fuß. Alles gut. Alles gut, Digger. Das ist das Schlimme bei mir. Das kam aus der Schulter. Die Schulter ist alles nicht so schlimm, wie das, was wir hinten finden. Hörst du? Kleinigkeiten. Gebt Fuß. Alles gut. Das ist das Schlimme bei mir. Lars. Das Bein ist schlimm. Es ist von hinten. Es ist von hinten nicht gut beschnitten. Der muss außen mehr weg haben. Der Huf steht so. Außerdem ist das nicht das Schlimme bei mir, Schätzlein. Weil er den nicht hochnehmen will, denkst du, das ist das Schlimme bei mir. Nee, da war doch die Schlimme verletzt. Ach, das ist ja nichts. Das ist ja nichts. Geht Fuß. Das Bein ist das Schlimme. Ja. Siehst du? Das war das Knie. Ja. Und jetzt holen wir den aus dem Kreuzdarmband raus. So. Das war das Genick. Aber geknackt. Ja. So. Klar, mich mögen ja alle Pferde leiden. Jetzt muss ich jetzt mal hin. Einen Stein suchen. Weil ich hab meinen im Auto. So. Das Pferd ist äußerst kopfscheu. Es lässt sich seit Jahren nicht im Bereich der Wangen und der Ohren berühren. Schon gar nicht von Fremden. Doch um ihm wirklich helfen zu können, muss der Knochenbrecher den Teufelskreis durchbrechen. Du brauchst keine Angst haben, keine Angst haben. Hallo, dann lass mich an der Seite fühlen. Jetzt entspann da. Jo. Hier ist ein Punkt. An dem was du denkst. Dein Puls, deine Hormone. Geht jetzt in den Schädel, jetzt fällt der Kopf runter und er wird müde. Und wenn ich den fünf Minuten festhalte, schläft der. Dann kannst du auch an den Ohren spielen, ohne dass er Angst hat. Machst du? Ja. Vertrauen. Vertrauen. Vertrauen heißt, mit ihm reden, ohne etwas zu sagen. Langsam an den Rand treten. Alles, was du denkst, ist binnen einer halben Sekunde in deinen Atem programmiert. Das merkt er. Und ich geh hin und sag einfach. Ja, entspannt. Du bist auch gut drauf, ne? Zum ersten Mal hat sich das Pferd von einem Fremden streicheln lassen. Der Pferdeflüsterer weiß eben, wie und wo man Hand anlegen muss. Jetzt soll Nicole zeigen, wie sie mit ihrem Pferd harmoniert. Immer, nie zum Pferd, immer nach vorne gucken, schneller werden. Du darfst nie dein Pferd angucken. Ja. Wenn eine derartig hübsche Frau ein Pferd oder ein Mann in die Augen schaut, bleiben die stehen. Sie erstarren voller Glückseligkeit. Du schaust dorthin, wo du hinlaufen willst. Ja. Und dann gibst du Gas. Ja. Woran sieht man, dass du schnell genug läufst? Wenn wir hinfallen, nein. Du musst die Beine schneller bewegen. Ja, gut. Ab heute jeden Tag ein Kilometer an der Hand traben, ihr beide. Das ist für beide gut. Das ist die Hausaufgabe für Ross und Reiter.